Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Slayranger. Ich habe zwischen der letzten und dieser Aufnahme natürlich wieder etwas offscreen gefarmt, damit ich ein bisschen Schleimkack in Geld machen kann. Man sieht, ich habe wieder 4000 und ich habe mir ein bisschen was gegönnt in dem Zeitraum. Hier haben wir erst einmal wieder Karotten angepflanzt, dann das brauche ich. Und wir haben hier überdimensionale Staubsauger jetzt drin, die unsere Schleimkack einsammeln. Können wir mal kurz gucken, ob die hier was gelegt haben. Nö, schade. Komm, Mikro, so. Hätte ja sein können. Meine Hühner. Drei, vier, fünf, sechs. Es ist gerade nur eins dazugekommen. Die pimpern, was das Zeug hält. Und ja, hier muss noch alles wachsen. Das heißt, wir werden gleich einmal auf die Suche nach neuen Sachen gehen. Aber vorher... Tankbooster kaufen. Energiemodul kaufen. Düsenantrieb kaufen. Ja, wir fliegen ein bisschen rum. So, hier ist die Grotte. Die haben wir das letzte Mal frei gekauft. Und wir werden, wir werden, wir werden, wir werden... Was werden wir hier hin machen? Was machen wir hier hin? Ein Garten. Fürs Erste. Wir kaufen auch gleich eine Sprinkleranlage. Fruchtbarenboden. Und eine Slime-Scheuche. Ja, jetzt müssen wir nur noch was finden, was wir hier rein machen. Achso, dann können wir doch hier oben auch gleich... Wee. Ein Schleimgehege bauen. Kauten. Hohe Wände. Fangnet. Okay, wir brauchen Geld. Ja, gut. Yeah. Money, money, money. Ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Dinger hier oft kriege. Ich will das unbedingt wissen. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. So, blaue Slimes haben wir. Pinke Slimes brauchen wir nicht. Die sind zu low. Aber die pinke Slime-Kacke nehmen wir trotzdem mit. Auch wenn wir die nicht wirklich benötigen, ne? Und... Oh, nein, nein, nein. Was ist das? Was? Tung. Yo, ähm... Batsch. Aschloch. Schaut er mir einfach die Schleimgehege. Oh, der ist in der Nähe. Oh, der ist in der Nähe. Hey. Tot. Ein Geschenk. Schleimt. Hä? Okay. Äh... Äh... Oh, Mistkriebe. Oh, hier oben haben wir ja auch noch nicht. Ähm... Ja, gut. Ey. Ich muss ja mal ganz kurz durchblicken, ne? Äh. Ernsthaft? Jetzt haben wir dieses komische Dingengemüse gefressen. Was ist mit dir los? Oh, hier. Yes. Das. Und das. Und auch. Da ist noch eins. Noch mehr. Los. Gib mir Money. Gib mir deine Kacke. Da ist noch so ein Gemüseobstteil. So. Ich würde aber lieber so einen schönen Kristall-Slime-Bobble-Böppel haben. Aber die haben ja nicht mehr zu fressen. Okay. Und... Oh, lol. Hinten liegt ja auch noch ein Haufengelumpen rum. Ja, gut. Äh, lass mich hier hoch. Los. Ja, da haben wir noch was Schönes. Und ihr habt's gesehen. Da ist ein neuer Slime. Den wir uns versuchen, irgendwann zu fangen, zu playen, zum Platzen zu bringen. Hallo? Äh, und tschüss. Ich höre Wasser. Ein Arschloch. Da war er weg. Jupp. Äh, lass mich hier hoch. Oder ist das die Lava, die ich hier höre? Das wäre ein bisschen... Oh, nee! Was ist da drüben los? Was? 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 Das muss ich nicht verstehen, das merkwürdige Ding. Hier ist noch so einer. Boah, Alter! Was ist denn hier hinten los? Nö, hier gehe ich wieder raus. Aber ich habe keine Lust drauf. Nö, 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 nö. Das ist ja eine richtige Invasion von denen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir suchen erst mal... Ah, da. Äh, stopp mal. Da. Äh... Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich da runterfalle. Und das da drüben sehe ich jetzt erst. Da gehen wir dann mal hin. Boing. Äh, da. Ich frage mich echt, für was diese komischen Dinger hier gut sind, die man einsammeln kann. Hä? Und hier bin ich doch gekommen, oder? Hä? Hallo? Entweder haben die Teleporter einen Knall, oder die sind etwas verpackt. Aber ich bin doch von dort gekommen. Und war in der... Hä? Muss ich nicht kapieren. Lasst mich in Ruhe, ihr Viecher. Äh, ja, genau. Hier lang. Wir können ja jetzt so 50 Einheiten an Essen mit uns rumtragen. Das heißt, wir könnten eigentlich den nächsten Slime explodieren lassen. Aber welchen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich hoffe, ich habe das Gelumpi hier schon. Ach nee, das ist ein anderer. Das sieht so dämlich aus. Äh, Lull? Wieso baue ich mich in der Höhle? Och, Mann. Egal. Egal, egal, egal. Ähm. Ähm, wir gucken einfach mal, ob das klappt. Und das Zeug gewachsen tut. Boing. Yo, wächst. Hier ist ein Teleporter, der ist noch inaktiv. Hättest du vorher gewusst, dass ich da oben auch noch Felder habe, dann hättest du natürlich die genommen. So, hier essen. Karotten brauchen noch. Ah, mehr nicht. 10, 4, oh, doch. Hehe. Hier haben wir wieder Küken. Sehr schön. Der kommt da nicht raus. Braucht er gar nicht erst versuchen. Was brauchen wir denn jetzt hier hinten noch? Bei dem hier. Wir brauchen noch den Plottsammler. Futterautomat brauchen wir nicht wirklich. Musikbox brauchen wir da auch, ne. Jo, dann wird das auch fertig. Warum wachsen... Alles klar, da wachsen Karotten mittendrin. Was kann man denn hier schönes machen? Oh, Leute könnten hier... Wasser willst du damit... Wasser willst du damit anstellen? Ich könnte mir diese Wasserdinger da... Äh, 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 holen. Läuft. Jo. Die geben wir uns jetzt, äh, ich schnabbel die Lipsen. Das wären unsere neuen Slimes. Und da die ja nur Wasser brauchen zum Essen, kacken die auch regelmäßig? Lull. Alles klar. Äh, 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 da in die Richtung. Hier, Hühnchen. Du kommst mit, brauche ich für meine Katzis. Ui. Wenn ich schon mal hier bin. Hehe. Ein Fit-Slime. Äh, ist hier noch irgendwo einer? Nö. Nö. Hehe, wir haben neue Slimes. Und ein Verkackte Steinhuhne. Ja. Jo, richtig. Oh Leute, das sehe ich ja jetzt. Ach, das ist noch zu... Okay. Ich wollte schon sagen, da kann ich ja durchgehen. Aber geht leider nicht. Ähm... So. So, könnte er fressen. Ähm, ihr kriegt die Karotten, denn ihr braucht Gemüse, oder? Ja. So, hier aktivieren wir auch. Vorsichtshalber nochmal. So. Die gehen wir jetzt wegschaffen. So, und die 14 Slimes, die setzen wir uns jetzt hier rein. Eins, zwei, drei. Macht Kacke. Los. Macht Kacke. So, wir haben zwei, drei, drei neue Slimes. Gut. Ähm, das war es auch schon von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Schreibt mir in die Kommentare, was ich noch alles machen, tun lassen soll und wie auch immer. Und... Ich fahre jetzt noch schnell das Fade-Up. So. So. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye-bye. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.